Hallo, ich bin Marc Waschke und ich lese Shaggy Bane von Douglas Stewart. Das ist ein Buch, das spielt in den 80er Jahren im Schottland der Margaret Thatcher-Era, Glasgow, sehr düster. Es wird viel getrunken, es wird viel gefeiert und es wird sehr grobschlechtig oft miteinander umgegangen. Aber dazwischen blitzt immer wieder eine Herzlichkeit und eine Menschlichkeit und eine Poesie auf, die mir beim Lesen großen Spaß gemacht hat und ich hoffe euch beim Zuhören auch. Untertitelung des ZDF, 2020